grüß euch, Madegra hier. Bevor ich jetzt beginne, über den neuen Helden, über Domi Ventus zu sprechen, wollte ich nur kurz sagen, tut mir leid, ich habe einen Rückstau, was das Beantworten der Kommentare betrifft. Ich bemühe mich, das in den nächsten ein, zwei Tagen aufzuholen. Lasst euch nicht davon abhalten, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder Anregungen, bitte postet es weiter. Das ist nur vorübergehend, ich habe jetzt ein bisschen sonst zu tun gehabt, außerhalb vom Spiel. Im Spiel, ja, generell habe ich natürlich gleich viel zu tun wie immer. Eines war aber, wollte ich jetzt kurz erwähnen, ist mir nur eingefallen, ich habe das erste Mal, und zwar ungewollt, einen Krieg ausgelassen, nicht den jetzigen, sondern den letzten. Da bin ich vorher die Darnenfarmen gegangen, da gehört sich das, wer das öfters macht. Großer Tipp, nehmt den Kriegshacken raus und wenn ihr dann aber wieder zurückkommt in eure eigene Allianz, dann setzt ihn bitte wieder. Und ich habe es dieses Mal vergessen, also das letzte Mal vergessen. Das heißt, ich habe am Wochenende keinen Krieg gespielt und so arg, das ist ehrlich gesagt abgegangen, ist es mir nicht. Gerade am Wochenende habe ich privat meistens ein bisschen mehr zu tun. Unter der Woche kann ich mir zum Glück meine Zeit besser einteilen. Gut, ist jetzt nur so spannend für die Allgemeinheit, aber das war jetzt, glaube ich, tatsächlich in sechs Jahren spielen, das allererste Mal, dass ich einen Krieg nicht... Nein, entschuldige, falsch, einmal habe ich noch keinen Krieg gekämpft, wie ich wusste, dass ich auf einer Fähre bin. Okay, also das ist der zweite Krieg, den ich ausgelassen habe. Dieses Mal, jetzt schauen wir kurz rein, ich muss meine Angriffe noch machen, gegen Team China. Ja, sie haben noch 77, wir noch 41, na gut, ein Gegner im Schnitt bringt jetzt, ja so 65 bis 70, na mehr, 65 bis 77, so ungefähr würde ich sagen, das muss das Maximum sein. Ja, ich glaube es, also wir sind vorne, aber es ist noch nicht, noch nicht durch, sagen wir mal so. Werde dann nicht in dem Video, aber irgendwann später eine Woche, die Angriffe. Also, ein neuer Held, wie in jedem Portal, fast in jedem Portal, Domi Ventus. Und der ist zur Abwechslung einmal gegenüber dem Beta-Test ein bisschen abgeschwächt worden. Es ist ein Held, wie jeder aus den Gezeiten, der mit dem ersten Special schnell ist. Wie kommen wir jetzt auf Gezeiten? Hat das irgendwas mit Gezeiten? Unerzählte Geschichten? Irgendwas? Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt auf Gezeiten kommen. Irgendwo kommt das vielleicht vor. Auf alle Fälle unerzählte Geschichten von Atlantis. Also doch, die Geschwindigkeit nennt es das, oder? Wechselnde Gezeiten. Entschuldigung, dadurch komme ich drauf. Also, erstes Special, das Entscheidende ist schnell, das Zweite ist ungefähr mittelschnell. Das heißt, eigentlich, dass es mittelschnell sei, ist es aber nicht ganz. Das ist, glaube ich, eine Spur langsamer. Das erste Special hatte im Beta-Test 370% Schaden auf drei Gegner, also auf das Ziel und die beiden Nachbarn. Das ist ziemlich, da ist ziemlich reklamiert worden, wie kann das bitte konsistent sein mit der Aussage, sie wollen die schnellen Helden nicht mehr so stark haben. Und ja, natürlich war das berechtigt, sage ich einmal, und es ist runtergeschraubt worden auf 350%. Die Zusatzfähigkeit, das Ziel und nahe Feinde erleiden ätzenden Brand für vier Züge. Der ätzende Brand verursacht 175 Brandschaden und verringert die Verteidigung des Ziels um 12% pro Zug. Das ist im Prinzip die ganz gleiche Fähigkeit, die Asterius gehabt hat, beziehungsweise noch immer hat. Ich habe in einem anderen Fenster ihn kurz aufgemacht. Asterius hat natürlich viel, viel schlechteres Satz. Domi Ventus, ich glaube, 1281, das sollte so ziemlich das Höchste bis jetzt sein. Asterius hat, ja, also wie gesagt, das kann man nicht vergleichen, der kommt geprägt mit Wappen und so weiter, vielleicht auf 1060 Angriff oder so, also viel, viel weniger. Er teilt in mittelschnell, also ist langsamer, 360% Schaden aus, aber wie gesagt, 360% bei viel weniger Angriff ist trotzdem, dass er dadurch deutlich schwächer zuhaut. Okay, er reduziert die Dauer von Buffs bei dem Ziel um einen Zug, aber das ist meistens nebensächlich, das ist nicht das Entscheidende dran. Und die andere Fähigkeit, dieser Corrosive Burn, dieser ätzende Brand, dauert bei Asterius nur drei Runden, was da schon ein ziemlicher, also schwächer ist auf jeden Fall, und macht auch noch viel weniger Schaden. Ist egal, 1001, ich meine, das hängt immer vom tatsächlichen Angriffswert des Helden ab, der wird dann ein bisschen höher natürlich. Ganz entscheidend in dem Fall, also ganz entscheidend, aber bei Domi Ventus dauert es, der hält einen Zug länger, macht schon ziemlich viel Schaden, wenn man es sich ausrechnet, 4x175, sind wir bei 700 Schaden über vier Züge verteilt. Noch störender dran, oder nicht unbedingt, je nachdem wie man es spielt, ist nur die Verteidigungsverringerung, minus 12 pro Zug, sprich nach vier Zügen sind es minus 48%. Was da interessant dran ist, ist, dass dieser Deftown eine zusätzliche Form von Deftown ist. Obwohl es eigentlich ein ganz normaler ist, der für jede Farbe gilt, gilt es zusätzlich zu einem, also es steckt mit einem normalen Deftown. Natürlich auch mit Farb-Deftown und theoretisch auch noch mit Deftown-Stacks. Also sprich, man kann das zusätzlich zu anderen anbringen und kann damit halt einen ganz besonders hohen Deftown erreichen. Ja, damit ist er schon auch zumindest ein bisschen interessant bei Titanen. Es gibt in Rot sehr viele Helden, die man da spielen kann und er ist jetzt nicht unbedingt der Erste, den ich dabei spielen würde. So eine andere Form von Deftown, die Steckt, ist die zum Beispiel bei Gestalt. Und Gestalt ist bei Titanen deutlich besser, weil er ja mehrere Schüsse ausführt und halt deutlich mehr Special-Schaden macht. Aber wer jetzt nicht so viele hat, da ist Domi Ventus auch für Titanen okay. Okay, ja, das größere Special eben, wie gesagt, dann in ungefähr mittelschnell fügt dem Ziel und nahen Gegner 390% Schaden zu. Im Prinzip das ganz gleiche, 214 Brandschaden pro Runde, ein bisschen mehr und 16% Verteidigungsverringerung pro Zug. Wie gesagt, alle solchen Dots, also Schaden über Zeit, Damage over Time, ist die Abkürzung, skalieren mit dem Angriffswert. Also wenn man das jetzt rausnimmt, ohne irgendwas, einfach nur gemaxt werden, es 130, wenn ihr raufschaut, doppelt geprägt, 175, kann man sich überlegen, einfach geprägt mit Wappen, was wahrscheinlich für viele die Form ist, wie sie so Helden normalerweise vorbereiten, dann wäre es wahrscheinlich 160 oder so, wie die jetzt einmal schätzen. Oder vielleicht 155, irgend sowas. Alpha Power Angriff verstärkt. Ich habe jetzt oft gesagt, dass das besonders mächtig ist. Es passt natürlich gut für so einen Helden. Ich bin aber jetzt in letzter Zeit, also ich bin etwa einer Sache auf der Spur und werde vermutlich in absehbarer Zeit irgendwann einmal wieder dazu rausbringen, dass ich da was rausgefunden habe, was eigentlich mein Verständnis von Angriffsboost ziemlich erschüttert. Aber ja, ich will jetzt noch nicht rauspusshaunen, solange ich jetzt nicht wirklich da genug getestet habe, aber ich werde einmal ein Video dazu bringen. Also es ist nicht so stark, wie ich immer gedacht habe. Es ist trotzdem natürlich eine der sinnvolleren Verstärkungen verglichen mit, wenn so ein Angriffsheld, ich weiß nicht, irgendwie die DEF erhöht hat oder irgend sowas. Ja, Familienbohnen, ich brauche jetzt nicht immer wieder neu erwähnen. In Wahrheit ist das ein Held, bei dem sich wahrscheinlich sehr viele denken hätten können, wie ich dazu stehe. Also er ist schnell in der ersten Form, Schaden auf drei, zusätzlich DEF dann extra drauf. Ich sage jetzt einmal, offensichtlich ein guter Held, da braucht man jetzt nicht viel drüber reden. Die Frage ist nur, wie hoch ist der Mehrwert verglichen zu anderen Helden? Und da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie hoch der Mehrwert ist. Er ist sicher auch DEF-tauglich. Also wenn man sich das anschaut, diese Fähigkeit der ätzende Brand ist auf jeden Fall auch nervig für Helden, die, wenn man angreift und eben Domi Ventus drauf das castet. Ich finde sogar, dass dieser ätzende Brand ist in der DEF sogar stärker als im Angriff, weil man im Angriff ja normalerweise die Deams so aufbaut, dass man, wenn die Helden die Schaden machen und zünden, dass die Gegner tot sind und dann ist die Verzauberung um nichts, also umsonst, Entschuldigung. Im Angriff ist das schon, kann man davon ausgehen, dass dieser Brandschaden zumindest ein, zwei, drei Runden bis er gekleent wird oder so wirkt. Also ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Wenn ich jetzt so schaue, welche Helden ich da so habe in diesem Bereich. Alle Angebote durchklicken. Ich habe ja ein paar rote. Ich habe jetzt zwei doppeltgeprojekte gestalten. Gestalt ist einerseits zwar weniger kompatibel mit diesen Angriffstecks, umgekehrt aber ist Gestalt schon sehr mächtig und hat diesen Bonus, dass wenn man dreimal den gleichen Gegner trifft, dass der ziemlich fix tot ist. Das ist halt sehr stark gegen Don't, Alpha Don't, wie immer. Aber damit ist Gestalt schon stark gegen die Darnen auf jeden Fall stärker. Umgekehrt aber ist natürlich mit Gestalt, ist es schwerer, dass man ein Team aufstellt, mit dem man fix eine Seite oder so umbringt. Also man muss fast schon ein bisschen Steinschaden gemacht haben. Dann in meinem Fall Marianer oder die meisten, sehr viele, die so weit sind, dass viele Helden haben, werden kostümierte Marianer haben. Also ein draufkasten und dann halt hoffen, dass vielleicht nicht mehr alle fünf Helden leben, sondern vielleicht nur mehr vier. Und dann mit Gestalt, in meinem Fall, ich habe zwei Gestalten, Gestalt, Gestalt, dann reicht es meistens, dass, sagen wir, zwei Helden tot sind oder so und die anderen geschwächt. Also das ist schon etwas sehr Mächtiges. Aber mit Domi Ventus geht das halt verlässlicher. Jetzt vergleichen wir andere schnelle Helden, die in dem Fall jetzt halt ich habe. Marianer im starken oder im wichtigeren Kostüm, sage ich einmal, macht natürlich viel, viel weniger Schaden, hat aber sofort diesen 54% Deftern gegenüber Feuer. Und damit ist das halt so der Dosenöffner, sage ich einmal, der den ersten Schaden macht, Deftern drauflegt und dann kommen halt die hinteren, die anderen Hitter nach. In dem Fall, weil das halt Domi Ventus. Die große Stärke sonst von Marianer ist das Talent, dass sie 50% Chance hat, jedes Mal, wenn sie Schaden zufügt, Verzauberungen vom Gegner herunterzunehmen. Und das ermöglicht schon einiges. Das war also oft sogar eben über Steine. Jeder einzelne Stein hat dann die Fähigkeit, wenn man nur eine Marianer mit dem Team hat. Dadurch ist sie für mich essentieller. Randbemerkung, es kommt zu Weihnachten, ich glaube 25. bis 28. ungefähr, oder vielleicht kann es sein, tagemäßig, kann es sein, dass es ein bisschen anders ist. Kommt jedenfalls ein Kostümportal und es ist tatsächlich angekündigt, dass ein Thun für Marianer rauskommt. Und für kostümierten Leonidas und auch ein paar, ich glaube die ersten Triple Kostüme im Viersternbereich oder so, sie sind angekündigt. Aber es gibt sie, man weiß noch nichts dazu. Also sie waren nicht im Beta-Test, das waren jetzt auch ein paar Helden von den Goblins, die waren auch nicht im Beta-Test. Wie gesagt, ich verstehe es ja, weil im Beta-Test wirklich nicht viel Sinnvolles rauskommt. Und gleichzeitig ist es halt, wie soll man sagen, für die Planung, wann man wo beschwört, was man tut, ist es natürlich unpraktisch. Warum jetzt Marianer, warum das da wichtig ist? Ja, sie hat natürlich schon ein bisschen alte Stats. Sie ist jetzt bei mir nicht doppelt geprägt, wenn ich sie doppelt geprägt würde. Das ist jetzt nicht das Ganze oder ist das, naja, ich glaube ein bisschen mehr geht es dann. Also natürlich wird sie stärker, wenn sie doppelt geprägt ist, aber es ist halt nicht wirklich aktuell. Mit einem doppelten, beziehungsweise ein Dreifach-Kostümbonus hat sie wieder komplett aktuelle Stats und ja, das wird dann wieder passen. Jetzt schauen wir, das zweite Kostüm von Marianer, vergleichen wir das mit Domi Ventus. Das hat natürlich jetzt auch Schwächheit, in dem Fall habe ich es nicht einmal geprägt. Entschuldigung, ich habe es am anderen Held, ich habe zwei Marianen, wo ist die zweite Marianer, vielleicht war sie weiter oben. Da ist die zweite, ich glaube ja, da war das. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, da habe ich in der Team gerade zusammengestellt, gibt es das? Ah, da ist sie schon im Kostüm. Okay, da trifft das selbe zu, statt es nicht mehr so aktuell, 300% Schaden. Ich würde sagen, vom Prinzip her, da mit Schaden, sie macht auch Schaden über Zeit, ein bisschen weniger, aber vergleichbar mit Domi Ventus. Sofort 34% Defdown ist, glaube ich, auch besser, also ist auf jeden Fall besser, als wenn der Defdown erst später kommt. Aber der Schaden ist ja doch weit schwächer, die verschiedenen, also sie als überlegenes Durchbohren, ja, das ist nicht die stärkste Fähigkeit. Also natürlich ist der Domi Ventus mächtiger, brauchen wir gar nicht drüber reden. Trotzdem ist für mich die Frage, ist der Mehrwert groß genug, dass ihr jetzt unbedingt einen neuen Helden beschwören sollt, mit drum kümmern sollt, ihn zu kriegen, ihn zu maxen, ihn zu emblemieren, alles raufzubringen, doppelt zu breaken und erst dann ist es so richtig, ist er so richtig fein. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Also wer jetzt noch nicht solche Helden bereit hat, ja, ich meine, es wird immer schwierig, gerade jetzt wenn die 5-Sterntruppen rauskommen, wird es immer schwerer sein, dass man mit 3 Helden einer Farbe wirklich alles beim Gegner abräumt. Es könnte sein, dass sich dann das Spiel ein bisschen mehr in die Richtung bewegt, dass man langsamere Helden spielt vielleicht, mittelschnelle Stacks, die dann genug Bauer haben oder auch vielleicht wieder mehr Single-Shooter, wo vielleicht 2, die auf denselben Gegner zielen, den rausnehmen können. Und dadurch, dass man ja selbst vielleicht auch die Truppen dabei hat, die einen mehr aushalten lassen, hat man vielleicht mehr Zeit. Werden wir schauen, das ist jetzt eine Spekulation natürlich. Wenn Domi Ventus in so einem Stack reicht, also zum Beispiel, ich meine, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber wenn man zwei Domi Venti hat und eine Mariana dazu, eine kostümierte, die finde ich, ist essentiell bei jedem Rotten Stack, weil sie einfach dieses überlegene Verhexen hat und so ist einfach eben alles ermöglicht über den Dev dann. Kann natürlich sein, dass man dann auch dann noch durchkommt, aber ganz sicher bin ich mir nicht, ja, ja, wahrscheinlich geht es jetzt aus. Jedenfalls ein sehr guter Held, da braucht man gar nicht drüber diskutieren und trotzdem ist es keiner, wo ich jetzt sage, den muss ich unbedingt jetzt ziehen. Also der in Rot, bei mir kommt dazu, dass ich einfach in Rot so ressourcenmäßig so schlecht beinahnt bin, vor allem was die kleinen roten Äther betrifft, dass ich ihn einfach nie brechen könnte. Ich brauche die jetzt auch für den nächsten mythischen Titanen, alles was ich da habe, geht einfach nicht. Was ist sonst drin? Bersa ist auch, es sind sehr viele Helden jetzt bei den unerzählten Geschichten natürlich gut, einfach weil alle schnell sind. Und mit ein paar Ausnahmen ist jeder zumindest brauchbar, viele davon richtig gut. Der Saal finde ich es nicht so spannend. Ein ganz Top-Held weiterhin ist natürlich Forzis, habe ich nicht. Wenn Forzis gefeatured wäre, da irgendwie vielleicht anstelle von Ceto, dann würde ich wahrscheinlich mehr beschweren. In dem Fall werde ich jetzt wirklich tatsächlich in Anschluss dann, ich rede noch ein paar, wahrscheinlich noch zwei, drei andere Dinge, aber werde da ein paar Beschwerungen machen. Aber wie gesagt, ich werde es nicht übertreiben, einfach weil ich ihn, ja, nicht unbedingt brauche. Das trifft er auf die anderen Helden zu. Ich würde Bersa, da ist es so ähnlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt in meinen normalen Gameplay passt, dass ich sie unbedingt brauche. Aber sie ist eine gute Heldin. Und in gelb habe ich schon so lange nichts gelevelt. Ich habe, glaube ich, ungefähr 18 Vier-Stern-Aufstiegsmaterialien. Ja, in blau ist es ein bisschen knopper. Ich empfinde Ceto schon als gute Heldin. Aber da bin ich ausreichend versorgt, was solche Helden betrifft. Also ich glaube, Ceto würde ich jetzt gar nicht machen, wenn ich sie ziehen würde. Was wollte ich noch besprechen? Okay, schaue ich kurz ins Turnier. Da bin ich sehr flott jetzt unterwegs gewesen und habe leider schon zweimal verloren. Flott im Sinn von, dass ich oft einfach ohne großartig überlegen mit schnellen Teams gespielt habe. Manchmal tatsächlich wieder mal quasi Mono-Lila-Team. Ja, es ist schwach, weil das Problem war, warum ich auf das umgestiegen bin. Ich habe am ersten Tag, das ist gleich mal in mein Dev ganz unten gewesen. Und immer dann weiß ich, dass ich nicht um die vordersten Plätze mitspielen kann. Und umgekehrt, ich sage einmal, Top 1% geht sich eigentlich immer aus. Auch wenn ich, ja, mit ganz wenigen Ausnahmen bin ich immer 1%. Und deswegen habe ich da jetzt teilweise auf schnell gespielt. Mit welchem Team ich da jetzt öfters gespielt habe, ist gerade eben zu Testzwecken, habe ich da jetzt öfters mit Mariana und Doppelgestalt gespielt. Ist eigentlich, es ist lustig, es ist schon sehr mächtig. Hat aber schon manchmal das Problem, dass wenn der Schaden nicht passend verteilt ist, kann es passieren, dass ich nur einen Gegner umbringe. Und wenn dann nicht nur irgendwas nachkommt, irgendein paar Steine vielleicht sonst oder die Zweitfarbe, dann hat man ein Problem. Umgekehrt hat man den Vorteil, dass man Alphadont wegräumen kann. Und dass, wenn der Kampf ein bisschen länger dauert, dann würde ein zweites Aufladen von Gestalt einfach alles beseitigen. Ja. So ist das TVCC. Bei Boost glaube ich schon, dass mir ein Nier einfach richtig gut sein muss. Weil mir ein Nier sowieso ein guter Denk ist. Und wenn dann auch noch ein Angriffsbooster dazukommt für zwei verschiedene Verzauberungen auf alle Helden, dann muss mir ein Nier gut sein. Der Nachteil ist natürlich, dass sie farblich so jetzt am schlechtesten ist, weil ja rote starke Farbe, in dem Fall jetzt halt bei den Bedingungen, ja, das ist jetzt halt einmal so aufgestellt. Ich glaube die DEV ist ganz okay, nichts Besonderes. Forzis fehlt fast in jeder DEV, wenn man ihn nicht hat eben und würde natürlich irgendwelche Kombinationen mit Shavu-Ching geben. Shavu-Ching habe ich ja gezogen, aber er ist noch nicht ganz fertig, muss ich jetzt dann aber machen, dann werde ich sicher im Angriff öfters einsetzen. So. Wir haben da jetzt sonst noch als portal offen die Goblin-Beschwerung. Ich habe im letzten Video vorgestellt, dass eben Giftfeuer richtig gemein ist. Ich empfinde schon, was es seine universelle Stärke betrifft, auf jeden Fall besser als Domi Ventus, wenn man so alles zusammenzählt, was er so kann. Laubhacke interessiert mich nicht sonderlich. Es gibt ein paar andere, die schon sehr steuern, ich meine, Dunkelfeder brauchen wir nicht reden, ist ein Pflicht, die Tarnen hält und das möchte ich jetzt vorwegnehmen. Inzwischen sind wir uns eigentlich alle sicher, oder wird es jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wird es herausgefunden haben, dass bei mythischen die Tarnendunkelfeder in jeder Farbe zur Pflicht sein wird. Also, so wie er funktioniert, was er macht, das ist so stark, dass er in jeder Angriffsfarbe dabei sein sollte. Ja, ich selbst werde mich über Sprühregen freuen, über Todesstiefel freuen. Ja, jetzt seht ihr, ob man im Rahmen des Events jetzt 37 Beschwerungen kauft, ich werde aber nicht jetzt alle machen. Ich mache ein paar Beschwerungen jetzt aus, mein Prinzip ist blöd zu sagen, passt, das habe ich voll. Einfach prinzipiell würde ich mich schon über den ziemlich freuen und über ein paar andere drin. Ich will mir aber ein paar aufheben und vielleicht dann bei einem anderen Goblin-Portal mehr beschwören, wenn da dann der blaue Held dabei ist, der Angriffs-Boostet. Ja, es kommen da laufend welche dazu, das Portal kommt immer wieder. Ich mache jetzt 10 Goblin-Beschwerungen und ich habe mir doch 19 Beschwerungen im anderen Portal. Ist jetzt nichts. Ich habe gerade was zu leveln, das heißt, ich freue mich auch über, ich freue mich ist übertrieben, aber ich kann das Futter gebrauchen. Wenn ich nicht allzu viel Beschwerungen mache, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn nichts kommt. Wir haben in unserer mythischen Titan-Gruppe, also bei den Spielern, die sich vorbereiten, dann den mythischen Titan bei uns zu spielen und wir wollen ja wieder gewinnen, haben wir einen Spieler dabei, Korole, der ein, ich sage es wie sie sagen, ist ein Extrem-Cacher und der normalerweise halt immer alle besten Titanen-Helden hat und halt enorm arge Teams hat, also mit jeder Held doppelt geprojekt und halt mehrfach und wirklich alles. Und der hat aber am Anfang verabsäumt, dass er sich um Dunkelfeder kümmert, beziehungsweise hat er halt einfach nicht rechtzeitig bemerkt, gewusst oder wie immer, dass er Dunkelfeder brauchen wird. Und warum er immer, hat er ein paar Mal jetzt Pech gehabt, Dunkelfeder war ja ein zweites Mal vorgestellt seitdem, hat er nicht gekriegt und hat jetzt in dem Portal probiert, Dunkelfeder zu kriegen. Obwohl, wenn man sich das anschaut, die Chance nicht sehr groß ist, es sind 4% auf einen nicht vorgestellten. Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass der Bonus-Held, den man zieht, dann auch mit gleicher Verteilung ist, dass der Vorgestellte häufiger kommt. Das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, dass die Vorgestellten doch häufiger dabei sind. Jetzt schauen wir mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Helden schon dabei. Wenn man sich das anschaut, ist halt die Chance leider wirklich sehr, sehr klein drauf, dass man an nicht Vorgestellten kriegt. Ja, und der hat halt beschworen, 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 beschworen. Ich weiß nicht, wie viele Beschwörungen, höchstwahrscheinlich mehr als 1.000, auf jeden Fall mehr als 1.000. Er hat nämlich, ich glaube, 8x Sprühregen gekriegt. Er hat 7x, ich weiß nicht, alle, die halt sonst so sind, die auch nicht vorgestellt sind, hat er mehrfach gekriegt. Und er hat noch immer keine einzige Dunkelfeder gekriegt. Das ist natürlich bitter für ihn extrem. Ich meine, ob jetzt, ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, dass man jetzt ganz so viel reinsteckt, weil dann irgendwann einmal, jetzt gar nicht irgendwann einmal, sondern wenn ich weiß, zumindest, ich hätte einfach vorher gewusst, dass ich den unbedingt brauche. Also sprich, ich hätte mich dann bemüht, wenn er gefeatured ist, dann verstehe ich, dass jemand, der viel ausgibt, dass er alles reinsetzt. So, jetzt waren es, glaube ich, eh schon 11, mache ich nur eine 12. Ein Dutzend Beschwörungen. Wäre so schön gewesen, wenn etwas kommen wäre. Ich habe übrigens eine Beobachtung gemacht. Das finde ich, ich meine, ich soll jetzt nicht viel praktischen Nutzen, aber interessant finde ich, wenn man in einem Portal beschwört, dann kommt, jetzt bin ich draufgekommen bei Stiefel nämlich, dann kommt normalerweise nie ein Held zweimal hintereinander. Also wenn ich klassische Helden, ich weiß nicht, es kommen keine zwei Daffas hintereinander. Wenn ich hintereinander beschwöre, ich weiß nicht, wie das abgespeichert ist im Programm, ob sie das merkt, welche meine letzte Beschwörung war. Es kommen keine zwei gleichen Helden hintereinander, außer es ist ein Held, der in einer Gruppe nur einfach vorkommt. Also so wie jetzt Stiefel ist der einzige 3-Stern-Goblin, der dabei ist. Und der kann zweimal vorkommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Programm sich irgendwie zufällig als erst einmal aussucht, ist das ein seltener Eventheld, ist das ein epischer Eventheld, ist das ein normaler, legendärer Held, was auch immer. Und dann aus dem möglichen Pool einen auswählt und da dann irgendeine Abfrage drin hat, dass nicht der gleiche zweimal hintereinander kommt. Wenn aber nur einer drin ist, dann muss der gleiche zweimal hintereinander kommen. Kann man das jetzt irgendwo in der Praxis nutzen? Wahrscheinlich kaum. Theoretisch, angenommen, ich habe eine Beschwörung gemacht bei zwei gefeaturedten Helden und der eine ist schon, ich weiß nicht, war die letzte Beschwörung gerade, dann hätte ich wahrscheinlich direkt mit der nächsten Beschwörung eine größere Chance, den zweiten zu kriegen. Nämlich die volle Chance von in dem Fall, in dem Fall ist es schlecht, weil das heißt nur 0,5. Aber jedenfalls, wenn ich einen gefeaturedten kriege, würde ich dann beim nächsten Beschwören fix den kriegen. Aber das würde natürlich nicht ausreichen, dass ich deshalb extra beschwören würde. Aber ich finde, ich habe es halt interessant gefunden, weil ich schreibe das halt nicht mehr mit so noch der Reihe meiner Beschwörungen. Es ist wirklich so, dass nur dann zwei mit der gleiche hintereinander kommt, wenn es eben nur einen gibt in der Kategorie. So, jetzt gehen wir da her. Da ist ja ein großes Plus von den unerzählten Geschichten, sind ja da diese Bonus-Drohnen. Und da gibt es ja noch wie viele, 12? Ich glaube, ich mache jetzt 19, vielleicht mache ich 29 Beschwörungen. Schauen wir mal. Beginnen wir mal. Ein früherer Drachen-Kollege hat mir ein Bild geschickt von so einer Bonus-Drohne bei sich. Neo heißt der Spieler. Und in dieser Bonus-Drohne waren drei Vier-Stern-Aufstiegsmaterialien drin. Also, ich habe so etwas schon irgendwann einmal gesehen, aber jetzt dann nur gerade, weil er hat es mir geschickt und mir gedacht, jetzt erwähne ich das einmal. Er hat gemeint, das könnte ich irgendwann in so einem Kuriositäten-Video aufnehmen. Tatsächlich muss ich da leider sagen, es ist, ich habe schon Nachrichten gekriegt, also ich habe quasi Kuriositäten geschickt gekriegt, aber viele davon waren jetzt für wen, der so viel schon gespielt hat, wie ich, nicht, sagen wir mal speziell, nicht spektakulär genug, weil einfach man erlebt so viel und ich habe mir dann doch eigentlich so richtig ganz spannende Sachen, waren jetzt so viele dabei. Dann erwähne ich das ab und zu einmal, dass da jetzt eben drei Aufstiegsmarts drinnen waren. Das war jetzt für mich jetzt nicht ganz, also der Durchhaube hat sich das nie ergeben, dass ich wirklich solche Videos rausbringe. Ich habe es einmal ankündigt, dass ich das machen werde. Erwähnung vorher zu Aqualit, den habe ich vorgestellt und habe ziemlich begeistert davon gesprochen. Bis jetzt, ja, er hat sich nicht durchgesetzt. Ich habe wenig von ihm bis jetzt gesehen, vielleicht, wollt ihr eurer Meinung, vielleicht hat jemand getestet und also ihn öfters hat ihn im Einsatz. Meine Meinung dazu war ja, dass er im Vier-Stern-Bereich bei Turnieren nicht stark genug ist, weil es einfach da nicht so viel Flächenschaden gibt und das nicht so, ja, halt nicht so gut einsetzbar ist. Und ich habe mir gedacht, wenn jemand einen Schwächeren erkannt hat, dass er vielleicht ihn als Donter, als schnellen Donter nämlich, bei normalen Kriegen spielen kann. Ja, er haltet natürlich nicht so viel aus und hat keine DEF-Erhöhung und so weiter. Und jetzt, keine Ahnung, also ich meine auch, ich habe ihn gemaxt, aber dann irgendwie nicht mehr weiter. Ich habe ihn nicht emblemiert, nicht geprägt. Und bevor ich nicht irgendwo das Gefühl habe, ich brauche ihn unbedingt, wird er bei mir jetzt einmal nicht zum Einsatz kommen. Also schreibt es bitte gern, was ihr für Erfahrungen habt. Es war eine Fehleinschätzung von mir, vielleicht, vielleicht. Also zumindest, so wie ich ihn im Moment sehe, war es eine Fehleinschätzung. Aber falls ihr schreibt, ihr setzt ihn ein und es lauft super, dann bitte. Proteus übrigens setze ich sehr wohl bei Vier-Stern-Turnieren sehr viel ein. Also sehr viel ist jetzt auch wieder übertrieben, aber halt, er kommt zum Einsatz. In dem Fall, da übrigens habe ich jetzt noch, ich meine, das ist ja der Beginn des Portals, deswegen ist es jetzt vielleicht nicht überraschend, dass ich noch nichts gekauft habe, was Münzen betrifft. Und die besten Angebote nehme ich vielleicht dann mit, so als Vorrat für, wenn dann wieder Helden kommen, die, ja. Wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher, wenn nicht Forza ist wieder gefeatured, ist im Moment, wie gesagt, so unbedingt, meine Vorstellung ist halt, wie Helden, die entweder für meine Spezialgebiete, für Titanen, also mythische Titanen-Eventsgut sind und so, oder halt die absolute Pflichthelden sind für Def und Angriff. Und das sind alles Helden, also wie Norme, Tomi Wendt, das ist keine Frage, er sehr gut erhält, aber er würde mir natürlich auch weiterbringen, aber würde ich wirklich unbedingt alles reinstecken wollen. Aber da haben wir, jeder sonst, also jeder nicht, aber die meisten sonst, sollten auf jeden Fall, wenn sie Glück haben, da an, davon zu ziehen, da wird für die meisten Spieler, die das jetzt anschauen, erhält sein, vielleicht die Nummer 1, die Doppelwappen, also die, die doppelt geprägt werden sollte. Also ihr merkt schon, ich bin jetzt drüber gegangen, wenn ich schon so geredet habe, 29 mache ich jetzt, dass ich drei Kisten voll habe. Ja, was kommt denn Monat noch? Wir haben ja im letzten Video, habe ich ja schon drüber gesprochen und die meisten werden sonst von anderen Leuten Videos kennen, haben sonst Informationen dazu gekriegt haben. Die 5-Sterntruppen kommen erst am 2. Jänner, das Portal dazu soll am 4. Jänner kommen, das heißt am 2. Jänner, das ist der zweite Tag des mythischen Titanen, sollte man, ist zumindest zu erwarten, die Chance haben, eine normale Truppe umzutauschen in eine 5-Sterntruppe. Und dann zwei Tage später kommt das Portal dazu heraus, wo man halt dann Truppen beschweren kann. Das heißt, es werden sicher einige von uns auch drauf warten mit den Angriffen und erst am 2. Tag eine Truppe vielleicht umwandeln, falls es zumindest eine sinnvolle gibt. Das kommt natürlich darauf an, welche Truppen, in welcher Form sie dann rauskommen, weil die letzten, so wie die letzte Form war, da war der Angriff nicht viel höher und da sind nur in einigen, also nur in 2-Klassenkombinationen, gibt es überhaupt eine Truppe, die Sinn macht, dass man sie extra, ja, halt, max levelt, wie er immer, für einen mythischen Titanen. So, also eine noch, das war eine, eine habe ich ja schon vorher gehabt. Und was ich natürlich auch noch mache, ist, die Ziehungen, die aus den Kisten kriegt, das gehört dazu zum Video, die muss ich dann noch machen. Kann ich mir denken, das war dann eine Bonus-Truhe. Das ist natürlich eine richtig ranzige Bonus-Truhe, wenn ich das sagen darf. Im Schnitt kriegt man knapp 100 Münzen, habe ich zumindest so, also habe ich bis jetzt so gekriegt, halt. Und 4-Stern-Aufstiegs-Marz, ja, brauche ich nichts sagen. Ist natürlich für Spieler, die schon lange dabei sind, sind die für gar nichts. Und genau eine schlechte, mit 130 insgesamt unerzählten Geschichten-Münzen. Boah, was ist denn das? Naja, die sind nämlich oft wirklich gut, die unerzählten Geschichten-Truhen, das ist man jetzt richtig schlechter, jetzt habe ich 100, also darf ich nur eine Bonus-Beschwerung machen. Traurig. Gut. Oder nicht gut. Was kommt jetzt dann, aber noch ein paar Teilen oder sonst irgendwas? Es kommt der Eulenturm mit völlig neuen Helden, mit neuen Fähigkeiten, also mit einer neuen Art, wie Schaden verursacht wird. Ich habe ein bisschen nachgelesen jetzt, wenn es soweit ist und die dann wieder dazu bringen, dann kann ich genug dazu sagen. Wie gut die Helden sind, kommt natürlich davon ab, also hängt davon ab, wie die halt dann verbessert oder verschlechtert werden. So besonders stark habe ich die meisten nicht empfunden im Beta-Test, aber die werden natürlich dann anpasst und drauf gepusht, damit sie spannend genug sind. Was kommt noch? Wie gesagt, das Kostümportal. Und das wird, wenn das so bleibt, wenn wirklich Mariana und Leone, das sind zwei der Helden, der Season 1 Helden mit den stärksten 1 und 2 Kostümen, also beide haben zwei starke Kostüme, wenn die rauskommen, dann wird das ein Portal, wo, glaube ich, ziemlich jeder seine vorhandenen Münzen halt einsetzen sollte. Also, wie nennen sie sich, Kostüm, irgendwas, Kostümschlüssel, nicht Münzen, Kostümschlüssel. Ich habe zum Klick, da glaube ich, hat man vorher angeschaut, 96 Kostümbeschwörungen auf Lager, die werde ich dann sicher machen. Ansonsten hoffe ich, dass ich mich beherrschen kann, nicht zu viel in nächster Zeit sonst beschwere, so irgendwie dahin, damit ich dann mit einem Juwelenlager zu den Truppen oder sonst irgendwo hinkomme. So genug ausgeben in dem Monat, also mehr als ich wollte. Gut, macht es gut. Wir sehen uns, alles Gute bei allem. Ciao.